Typische Muster und Ideen einer Stellung zu kennen ist sehr, sehr wichtig, denn es nimmt uns viel Arbeit ab und wir müssen uns nicht alles von A bis Z selbst erarbeiten. Nichtsdestotrotz müssen wir, egal ob Angriff oder Verteidigung, immer genau hingucken, ob alles wirklich so ist, wie wir es kennen und alle Motive funktionieren. Und ob das so ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Hallo ihr Lieben, diese Stellung oder dieses Stellungsbild sollte den meisten von euch, die zumindest Königsinnisch oder irgendwas in der Richtung spielen, vertraut sein. Da kommt so eine Struktur ab und zu vor. Weiß hat hier einen Bauern auf E6 geopfert und versucht halt die schwarze Struktur völlig zu zerstören. Hat als nächstes jetzt hier Springer G5 gespielt und möchte gerne versuchen auf E6 hier einzusteigen. Und ja, das ist ein relativ typisches Motiv und da gibt es auch typische Abwehrreaktionen drauf und ja, ihr könnt hier ja mal reinschauen, was denn hier so los ist und was ihr hier denn jetzt als schwarzer spielen würdet. Stoppt dazu gerne und guckt euch das in Ruhe mal an, was hier denn so los ist. Ja, klappt denn diese ganze typische Idee hier, die Weiß hier gespielt hat oder nicht? Offenbar möchte der Springer hier auf E6 einsteigen und ja, möchte sich dann hier diesen Bauern holen. Der Springer wäre natürlich extrem lästig auf E6, das ist keine Frage. Abgesehen mal von der Gabel, aber auch so wäre das sehr lästig und schwarz bliebe halt mit diesem rückständigen E-Bauern über, der zusätzlich noch ein Isolarnäß ist. Also das sähe auf jeden Fall sehr unschön aus. Das Ganze ist eine Blitzpartie, die ich gespielt habe, vor gar nicht allzu langer Zeit. Und ich habe hier weiter gespielt mit Springer E5, das ist ein typischer Verteidigungszug hier. Der Läufer übernimmt nun die Deckung des Bauern. Der Springer verstellt diese Diagonale, sodass der Bauer auf C7 nicht attackiert ist. Und der Springer verhindert auch so ein bisschen die Entwicklung des weißen Läufers. Der wäre natürlich hier auf C4 mit Druck auf E6 sehr unangenehm, aber das ist vom Springer auch erstmal gedeckt. Und ja, so agiert dieser Springer hier als typischer Anker und stoppt eigentlich erstmal das jegliche Gegenspielpartie. Die Gegenspielpartie ging dann relativ ruhig weiter. Mit Abmentausch, eingeruhige Züge und ich konnte die Stellung als schwarzer stabilisieren und stand einfach nur deutlich besser. Mein Gegner hat es nicht geschafft, hier irgendwas rauszukriegen. Hat ein bisschen gedauert, das Ganze zu verwerten, aber hat vom Prinzip her am Ende geklappt. Ich habe es dann leider in Zeitung nochmal eingestellt, aber das hatte jetzt nichts mit der Eröffnung an sich zu tun. Nichtsdestotrotz ist es nicht das, was hier zu finden galt. Denn Springer G5 vom Gegner ist hier eine absolute Katastrophe. Obwohl mein Gegner ja fast eine Blitzzahl von 2,7 auf Leaches hat, ist es hier eine absolute Katastrophe. Und das ist vielleicht auch der Grund, der dazu geführt hat, dass ich hier gar nicht so genau hingeguckt habe. Was sollte man tun? Man überlegt natürlich, wie man den verteidigen will. Man überlegt ganz kurz an Turmschlägt F4. Warum kann ich den nicht nehmen? Und dann sieht man, ach naja Scheiße, Springer schlägt E6. Da ist einer angegriffen, da ist einer angegriffen. Springer kann nicht ziehen, wegen dieser Fesselung und und und. Ja, kann ja alles nicht funktionieren. Pustekuchen! Einfach mal konkret hingucken. Schach ist ein konkretes Spiel und genauso löst sich das hier. Läufer schlägt C3. Schach, ganz untypisch natürlich den Läufer hier. Diesen starken, wichtigen Verteidigungsläufer hier einfach herzugeben für den Springer. Aber es ist halt konkrete Taktik. Wenn der geschlagen wird, dann kommt hier nochmal ein hübsches Turmschach. Und weiß verliert auch noch den Springer auf E6. Und da mit D5 so stark das aussehen mag, man denkt, oh ja, jetzt ist wenigstens der Turm weg. Ne, nicht mal der Turm ist weg. Es kommt einfach König F7 und dadurch, dass diese Fesselung hier tatsächlich noch besteht, kann man nicht mal Läufer C4 spielen und den Turm irgendwie holen. Und in den nächsten Zügen kann sich dann Schwarz hier sogar noch mit C6 und dann wegziehen des Springers oder wegziehen der Dame hier sogar noch befreien und hat gar keine größeren Probleme. Sonst steht hier absolut auf Gewinn. Das habe ich völlig übersehen. Mein Gegner auch. Haben es allerdings beide direkt nach der Partie realisiert, dass wir da fürchterlich daneben gegriffen haben. Ja, so kann das manchmal gehen. Das ist aber gar nicht so untypisch, weil in diesem Fall war es einfach so, dass man so Zucht wie Läufer schlägt C3 hier mit Schach sehr schnell übersehen kann, wenn man einfach in typischen Schablonen denkt und gar nicht konkret aufs Brett guckt und sieht, was taktisch eigentlich los ist. Das sind Zuchte, die man normalerweise halt sehr ungern macht, weil der Läufer halt sehr, sehr stark ist. Klar, man zerstört hier so ein bisschen die Bauernstruktur, aber der eigene König wird halt auch sehr, sehr offen hier, gerade ohne den F-Bauern in diesem Fall. Von daher versucht man solche Züge zu vermeiden. Allerdings, wenn man wie in dieser Variante zwei Figuren gewinnt, dann ist es das natürlich wert. Ja, sowas passiert allerdings nicht nur mir, sowas passiert auch anderen starken Spielern und dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Von daher, wenn euch dieses Kalendertücherchen hier heute besonders viel Spaß gemacht hat und ihr diese Auflösung hier gesehen, gefunden habt oder besonders interessant findet. Dann habe ich noch ein paar mehr Beispiele davon in der Richtung, wieso, warum, weshalb sowas auch passiert, erkläre ich da auch. Ist ein Video, was ich vor einiger Zeit gemacht habe. Kennt einen Teil von euch schon, vielleicht schon einen Teil nicht, weil es ist aus dem März diesen Jahres. Von daher packe ich euch das hier oben mal hin. Könnt ihr ja mal reingucken. Und ansonsten sage ich, schönen Tag noch für euch und viel Spaß morgen beim nächsten Türchen.